so mein lieben leute da sind wir wieder zurück herzlich willkommen zum battle wieder einzuzocken immer noch den cte server und diesmal mit die sweeper mit am start spiel also medic und ich hoffe dass wir diese runde auch wieder rasieren und gewinnen wie die letzte runde übrigens sehr geile sniper runde zuletzt waren ein paar ultra krasse kills dabei wer bock darauf hat einfach noch mal die letzte folge von gestern anschauen oder borgistan wie auch mal zuerst holen wir uns mal keine punkte mehr danke da ist und wir rennen direkt weiter 400 300 und wir rennen als nächstes zu f oh scheit alter shit liga ich hole euch moment alter guckt euch diesen geilen medic an durch diesen krassen typ man hier der ja ein nach den anderen zurückhalt man guckt ihn euch an ja das ist einfach nur krass man nannte ihn panisch und ich mach mal noch support heute okay ich mache mal eine unsuppe temp recib 첫piki ich habe noch nicht ein schuss abgefeuert die ihr regen zu dem kommt noch mal extra für ihr holt euch den punkt verfluchte scheisse wir müssen die car hier gewinnen und hört auf zu fluchen verdammt noch mal denn sowas ist scheiße und das finde ich total kacke frisst das du penner hat nicht funktioniert sehr schön ich bin natürlich hier extra für euch alter alter die für punkte krieg hier verfügt nein der blieb der blieb alles klar du bist der beste ist der typ nicht fordere mal gleich munition an freunde damit wenn hier irgendwo einer ist der gewaltig versuchte zu holy shit bitte werfen die munition schnell und wieder runter und darunter und darunter weiter verschreitet alles cool oder wir müssen jetzt aber weiter es kommt gegen ist einfach mal hingefallen und gestorben oder was ist das denn ist das cool ist einfach mal hingefallen und war direkt tot er war einfach mal direkt tot unser freund war direkt down aber aus heilung heil dich doch selbst oder nicht bist selber heiler digger wer kann ich also wie schreit der das war die olle ne vielleicht irgendwie auf den stock gefallen oder irgendwie so ok wir gehen weiter c digger c oh digger warte einer ist mein sport den muss ich holen den muss ich holen ich bin dazu verpflichtet hier über aus heilung kann ich machen läuft ja wunderbar mit dem treffen würde ich sagen panne des kids sein leben wieder mal ja shit public hol mich zurück kommen wir müssen zusammenhalten digger renn doch nicht an mir vorbei digger hol mich doch zurück digger ich bin doch rechts mal nicht dann du bist doch ganz in ordnung hab gedacht du lässt mich im stich das war ok was du getan hast vor mir holen wir uns das abgestiegen digger so nicht ok das geht nicht mehr aber wir brauchen nicht munition guck mal schnell her spring ab spring ab so wir gehen weiter zu zählen komm wir markieren nochmal eine runde ein gründchen nochmal markieren ich brauche jemand meine hilfe er ist verletzt er kann sich nicht selbst heilen er weiß es nicht besser er hat sich selbst geheilt digger du bist so ein verräter ich weiß nicht manche sweeper schüsse die sitzen einfach nicht ja die sitzen einfach nicht digger ohne scheiß du bist voll drauf und so aber stirb doch mal jetzt verflucht wir haben einen ejectiv Charly komm Munition so digger wollen wir zu A gehen oder was ich markiere mal A komm komm warum ist hier auch keiner in unserem Trupp drinnen das ist doch kacke ab zu A homies komm Oberbefehlshaber Panischu hat euch den Befehl gegeben A einzunehmen Panischu der Oberbefehlshaber hat euch den Befehl gegeben A platz zu machen holt euch dieses Gebiet es gehört uns es hat schon immer uns gehört ist noch nie jemand anderen gehört so ist keiner mehr so wie es scheint nice alter digger man es läuft übel hier kaum ist Pan als Magic am Start hier waschen wir hier durch digger der ist schon tot der ist schon tot wo kam er denn jetzt her verflucht kann ich nicht holen oder ich weiß nicht ich komm digger ich komm digger ich konnte den nicht zurück holen oder was hat der jetzt gerade gemacht ich weiß nicht was jetzt näher dran ist C oder ich komm hier einfach mal nicht rüber auf zu C wir müssen uns dieses Gebiet holen es gehört uns es ist unser die Mission wäre auch nicht verkehrt bros wir beginnen sie wieder rum Loll Digger ich brauche Heilung äh ich brauche Munition wir haben detour gemacht wir haben Objektiv genommen wir haben Objektiv genommen diese 2 zu für dich wir haben Objektiv genommen wir haben Objektiv genommen Öffektiv genommen wir haben wir um ein dasselbe festgelegt Panerasiert mit Medic? Das hat es noch nie gegeben, Digga. Vielleicht, vielleicht. Wir sind noch ein bisschen in der Schwäge. Oh shit, was ist passiert? Flugzeug abgestürzt. Alle zur Unfallstelle. Okay, das ist weg, nice. Hä, Digga? Oh, die Munition ist weg. Schade. Wir müssen uns in Punkt holen. Nein! Nein! Scheiße, Mann. Und keiner kann mich zurückholen, oder? Das sehen wir jetzt mal nicht als tot an, würde ich jetzt einfach mal sagen, Freunde. Das ist jetzt einfach mal kein tot hier so. Das ist jetzt einfach unglücklich passiert. Ein Fehler des Spiels, so nennen wir das jetzt einfach mal. Ist ein Fehler des Spiels gewesen. Panerasiert wird fortgesetzt. Digga, bleib doch. Ja, du rannst! Ich habe dich verraten! Von drüben durch, ein Baum durchgeschossen wieder, Mann. Warum können die Leute dann immer durch alles durchgucken, so irgendwie? Ich weiß nicht, bei mir geht das immer nicht so. Bei mir, wenn ein Baum dazwischen ist, sehe ich den Gegner nicht. Auch wenn ich markiere, ich sehe ihn nicht. Bei den Gegnern? Sie können trotzdem durchgucken. Der Baum ist plötzlich verschwunden. Es gibt keinen Baum. Okay, Leute, wo gehen wir hin? Da ist irgendwo einer. Wurden wir uns, komm. Digga, wartet. Oh, bleibt doch liegen, Mann. Nice. Ich habe denen einfach nicht ein bisschen Schaden zugefügt. Kein von denen, auf denen ich gerade geschossen habe. Kein bisschen. Obwohl ich hundertprozentig drauf war. Hundertprozentig. Habe ich kein bisschen Schaden zugefügt, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Warum haut denn die Balance einfach manchmal nicht hin? Das ist einfach nur traurig. Digga, warte, ich hole dich. 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 Oh, shit. Oh, digga. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, jetzt hier, digga. Regen sie gerade voll durch, ey. Alter, der Ton, der aber steuert gerade übelst. Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Digga, es bleibt doch mal liegen, Mann. Ja, ich habe es versucht. Wenigstens bin ich ein anständiger Medic und hole meine Leute hier zurück, Mann. Das ist auch schon viel wert, finde ich. Panne scheißt heute mal auf KD. Panne möchte ein guter Supporter sein. Guter Medic-Supporter. So, einer von den richtig krassen. Oh, ich habe es verpeilt. Ich glaube, der Typ ist tot, oder? Ich glaube, der war tot, der Macker. Der scheint gestorben zu sein. Der hat sich nicht mehr blicken lassen. Noch sieht es gut aus für uns. Immer noch. Wir haben immer noch viele Punkte. Ich will trotzdem wieder zäh haben. Unter uns kommen sie. Du triffst ihn trotzdem nicht. Du triffst ihn nicht. Du kannst ihn nicht treffen. Ich bin voll drauf und es kommt nichts an. Es kommt einfach nichts an, Mann. Was soll denn das? Was soll das, Alter? Mann, 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 Mann. Wahrscheinlich ist es die Sweeper einfach für solche Entfernung einfach nicht gedacht. Keine Ahnung, die coolen fliegen nicht so weit. Ich weiß es nicht. Ah, auf zu A. Aber ich habe schon mal welche weggesniped. Und ja, der Sweeper ist krass entfernt. Manchmal geht es und manchmal geht es halt nicht. Das ist das Problem. Hier ist ja auch gesniped. Okay, ist down. Da, Digga. Wir haben Heilung hier. Du kriegst alles, was du brauchst von mir. Weil du das brauchst. Oh, ja. Ich weiß noch nicht, warum die mich immer instant sehen. Egal, wo du bist, die sehen dich instant. Hier, Digga. Ich heile dich. Bleib doch stehen, Mann. Ich meine, der kann sich auch selbst zeigen. Sehr schön, Bros. Sehr schön. Das habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Digga, wirst du jetzt mal eine Heilung her? Manchmal wirst du da keine Heilung her? Tut er sich irgendwie so ein bisschen schwer. So, Freunde. Okay, wo geht mal hin? Ich würde sagen, wir C und E-Mann. D. Er ist tot, okay. Ich muss mal nicht sagen, C. Wo geht mal. Keine Ahnung, wo die sagen D, oder? Auf zu D! Meine Freunde, wir müssen uns D holen. Kommt schon. Ich will nicht der Einzige sein, der da hinrennt. Das sieht aber irgendwie fast danach aus. Das ist äußerst traurig. Äußerst traurig hier, die ganze Geschichte. Wir haben alle Punkte bis auf E. Das ist so geil, ne? Wir prügeln die einfach mal übelst. Das ist richtig los. Das ist ein Weiner hier. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt raufgesprungen. Der ist dadurch gestorben. Munition, nimm mal mit. Danke euch. Kommt schon ab zu E. Wir brauchen den Punkt. Wir brauchen ihn, um zu gewinnen. Nicht wirklich, aber wir brauchen ihn. Holt euch diesen gottverfluchten Punkt. Digga, du gehörst zu uns. Keine Team-Kills hier. Keine Team-Kills. Wir haben objektiv Freddy verloren. Objektiv Freddy. Okay, läuft. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu F mit hin. Noch ein letztes Mal zu F in den Krieg. 13,5 ist so lächerlich. Drei Tode davon einfach nur mega unnötig. Alter, ich hab fast 75, also ich hab bald 75 Heels gemacht, ey. Objektiv Charlie. Das ist so geil. Auf jeden Fall welche drüben. Ich seh nix. Für die weiß ich seh nix. Oh shit, das war ein Headshot aus der Entfernung. Es ist tatsächlich möglich. Es ist tatsächlich möglich. Oh nein. Weißt du, was ist das? Oh nein. 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 Ungreiflich. Kannst nicht verstehen. Warte mal, die haben mal den Punkt schon gleich hier. Ist da jemand? Hey Mann. Hört sich so matschig an, aber es war glaube ich keiner. Okay, ab zu E. Nein, der Team. Komm, 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 komm. Nein. Tot. Ist der abgestiegen, der Typ? Ist zu weit weg. Ist einfach zu weit weg. Hä, warum bin ich denn nicht mehr anführe? Ich hab da die ganze Zeit markiert. Lol. Ist ja auch fies. Baumunition. Wir haben objektive Apples verloren. Wir haben objektive Apples genommen. Verbreite ich dir, Apples! Kann ich auch nicht zurückholen. Wir gewinnen. Schade, das ging nicht. 16,5. Tipp, 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 tipp. Geile Runde. Extrem geile Runde, würde ich sagen. Extrem! Ja, Leute, also komm, noch einmal zu guter Letzt. Ah, ich kann ja nicht mehr markieren, stimmt. Stimmt ja, ich kann ja nicht mehr markieren. Ich wurde ja abgelöst von jemandem, der meinen Platz haben wollte, obwohl ich meinen Job bestens gemacht habe. Supported, markiert, nicht gekämpft, wiederbelebt. Alter. Geheilt wie ein blöder. Ich habe keine Munition mehr. Schade, 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 schade. Ich habe keine Munition. Den, 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 den. Ich habe keine Munition mehr. gut die hund 16 5 mit medic leute auf der map würde ich sagen ist eine extrem gute runde gewesen also ich habe wirklich extrem geheilt also ich glaube wenn es hier tatsächlich noch scores geben würde also wenn es hier tatsächlich noch die anzeige geben würde wer bester medic und so war ich glaube dann wäre ich da echt mega mit dabei also bin ich mir fast sicher das ist so gut gelaufen so gut den tendenten so er ist noch schnell im rang aufsteigen dann acht rang 9 wir sind zwei level aufgestiegen geil ist das denn ist ja mal nice digga das ist ja mal nice okay ja mal eine statistik oder so 3,2 kd punktestand naja naja gut gut okay ich bedanke mich fürs zuschauen ich fand es auf jeden fall mega nice hat mega bock gemacht wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da schreibt auf jeden fall feedback wie geil die runde fandet also ich fand sie mega geil wenn wir zwei drei mal weniger gestorben wäre es auf jeden fall eine panerasiert folge mit medic gewesen was es so bisher noch nie gegeben hat ja okay ne aber auf jeden fall erfolgreich leute so sollte man medic spielen ich will mich jetzt nicht irgendwie extrem loben aber ich muss mich trotzdem loben so wie ich so finde ich sollte man medic spielen und dann würde auch alles ein bisschen anders wahrscheinlich war jetzt so ziemlich der einzige medic der wiederbelebt hat würde ich jetzt fast mal so sagen wenn ich mir das so angucke von den anderen leuten und wenn alle das machen würden alle medics ich glaube dann wird es kaum tode geben bei uns deswegen das wäre echt gut naja gut leute haut rein ich bedanke mich euer panne servus